Heute ist Montag, das heißt, es ist wieder einmal allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet diesmal, was ist eigentlich ein Appell? Ich frage das, weil am vergangenen Wochenende in allen großen deutschen Tageszeitungen ein solcher Appell drin war. Haben Sie vielleicht gesehen, diese riesige Anzeige, auf der ganz Deutschland drauf war, also Landkarte. Das haben die Schlaumeier von der Werbeagentur, auf deren kreative Mist die Anzeige gewachsen ist, natürlich absichtlich gemacht. Das mit der Landkarte von ganz Deutschland. Da sieht der Betrachter sofort, hier geht es nicht um Werbung für Waschmittel oder Hundefutter, nein, hier geht es um das große Ganze. Und damit diese Botschaft auch ganz sicher ankommt, haben Sie das extra nochmal draufgeschrieben, auf ganz Deutschland. Ich zitiere, es geht um viel, die Sicherung der Lebensgrundlagen von morgen und die Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland, das geht uns alle an. Und dann haben natürlich alle unterschrieben, sämtliche Präsidenten und Vizepräsidenten des BDI, die Manager der Deutschen Bank, der Deutschen Bahn und der deutschen Fußballnationalmannschaft, die Chefs von Henkel, Bayer, Metro, Bertelsmann, Balsen und natürlich die stromangebenden Strahlemänner der deutschen Energiewirtschaft. Denn um die ging es, um die Energie. Deshalb hieß das Ganze auch energiepolitischer Appell. Und ehe wir uns jetzt hier mit den Einzelheiten beschäftigen, sollten wir erst einmal grundsätzlich klären, was so ein Appell denn eigentlich ist. Diejenigen unter Ihnen, die bei der Bundeswehr waren oder gerade ihren Wehrdienst ableisten, wissen das natürlich. Unter einem Appell versteht man beim Militär das Versammeln der Truppe zur Befehlsausgabe. Antreten, Befehl entgegennehmen, wegtreten, Befehle ausführen. Und diese Befehle lauten in diesem Fall sofortige Verlängerung der AKW-Laufzeiten, zügiger Bau von neuen Kohlekraftwerken, weg mit der Brennelementesteuer. Und zwar zack, zack. Und sollte die Ausführung dieser Befehle ausbleiben, drohen drakonische Strafen, abschalten sämtliche Atommeiler, drastische Erhöhung der Strompreise und langfristige Zerstörung des gesamten Standorts durch Verlagerung der Truppe ins kostengünstige Ausland. Die Regierung als Befehlsempfänger der Industrie. Ja, wo leben wir denn? Oder besser gefragt, wo werden wir leben? Bestimmen in Zukunft die Herren aus den Chefetagen der Konzerne den Energie- und steuerpolitischen Kurs der Regierung? Und das nicht wie bisher dezent in irgendwelchen Hinter- oder Vorzimmern, sondern dreist und völlig unverblümt in aller Öffentlichkeit. Und wer bezahlt diese riesige Kampagne eigentlich? Geht das von den Privatkonten der Unterzeichner oder werden diese Kosten bei der nächsten Stromabrechnung der Verbraucher gleich mit abgebucht? Übrigens ist in diesem ganzen energiepolitischen Appell nicht einmal die Rede vom ungelösten Problem der Entsorgung beziehungsweise der Entlagerung des Atommülls. Aber schließlich geht es den Unterzeichnern dieses Appells ja darum, Zitat, Leitplanken für die Zukunft zu setzen. Und wer dann hinter ihnen den Müll wegräumt, das ist den Herren ganz offensichtlich völlig egal. Für irgendwas muss die Regierung ja auch gut sein.